Hier oben ist das Röde A und hier ist der traumhaft schöne Sandströmd. Hier kann man laufen, kilometerweise. Es ist flach abfallendes Meer. Es geht nach rechts und nach links. Hier vor geht es genauso. Ein traumhaftes Meer. Hier unten sind Fliegen, wo man sich auch hinlegen kann. Hier ist ein bisschen Ebbe und Flut. Das ist auch schöner Meergang.